Seit mir grüßt meine Pokéfreunde, hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Mit dabei auch wieder eine wunderbare Box heute. Und zwar haben wir hier die Weg des Shams Claw City Arena Box. Wir versuchen uns mal wieder auf den Weg des Shams zu begeben und vielleicht was Gutes zu pullen. Mal gucken. Das Set mag mich nicht. Ihr wisst es ja. Mal gucken. Es fehlen immer noch die Glura-Karten auf jeden Fall. Mal gucken, was heute hier drin ist. Drei Booster haben wir in der Box. Ich mach sie mal auf und dann schauen wir mal. Wie sieht's bei euch aus mit Weg des Shams? Versucht ihr noch irgendwas zu pullen oder seid ihr mit dem Set mittlerweile durch? Wie gesagt, ich glaub, mir fehlen noch drei Karten im ganzen Set. Und zwar die Delian. Ne, nicht Delian. Die Rainbow-Karte von Ness und die beiden Glura-Karten. Das ist, ja. Eigentlich kann ich's aufgeben. Aber mal gucken. Man soll ja nicht negativ in die Sache rangehen. Ich hoffe aufs Beste. Und wir haben lange nicht mehr Weg des Shams aufgemacht. Deswegen, denke ich mir, macht's mal wieder Sinn. Heute Abend gibt's übrigens, äh, nicht heute Abend, morgen Abend. Morgen Abend gibt's ein Livestream, wo wir drei Displays vom neuen Set Kampfstile öffnen. Also gerne reinschauen. Hier haben wir einmal die Claw City Arena, den Claw City Arena-Orden als Pin. Dann haben wir Duralodon als Promo-Karte in Polo. Auch ganz nett. Wobei ich jetzt nicht so der Duralodon-Fan bin tatsächlich. Ähm, ja. Wie's bei euch aus? Mögt ihr, Duralodon? Und dann haben wir natürlich drei Boostern. Von dem Set Weg des Shams. Ich seh meine Hände gar nicht so genau. Ich hoffe, ihr seht das alles. Mit zweimal Kamal und einmal Poco-Sahn. So, wir mischen das mal. Und dann schauen wir mal. Also meine Erwartung an die Box ist erstmal nichts, weil bei drei Boostern, was gut ist, bei Weg des Shams zu ziehen, ist halt echt schwierig. Jetzt ist halt kein glänzendes Schicksal, ne? Aber vielleicht kann die Box mich ja eines Besseren belehren heute. Mal gucken. Ich gebe auch wieder mal einen Code raus, um meinen Karma ein bisschen anzufeuern. Vielleicht heißt das Gute Puls. Viel Spaß damit. Gönnt es euch. Und wir machen drei Karten. Vier Karten nach vorne. Und starten mit einer... Ja, Psycho-Energie. Okay. Dann haben wir die Verdächtige Konserve. Die gibt es ja als Goldkarte in dem Set. Den Hypertrank. Calamaneiro. Wuffels. Ein Felilu. Kleptifuchs. Thermopod. Brimova. Kleopada als Reverse Holo. Und ein Lucario V. Hey! Besser als die meisten anderen meiner Boxen. Jetzt schon mal mit Lucario V am Start. Schöne Karte. Ist natürlich ein bisschen abgewertet worden, dadurch, dass es die als Promo in den Lucario V-Tinboxen gab. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall eine coole Karte von der Optik her, finde ich. Lucario ist ja auch eines der Favorite Pokémon der Fans, so ein bisschen. Deswegen kann man das auf jeden Fall machen. Eigentlich sind die V-Karten ein Setter nicht schlecht. Es gibt noch ein schönes Biser Floor, was man auch gerne zieht, wenn man es nicht schon 1000 Mal gezogen hat. Wie zum Beispiel Melanie. Aber trotz allem ist es ein schönes Pokémon. Booster Nummer 2. Vier Karten wieder nach vorne. Und wir starten mit einer Unlichtenergie. Okay. Da haben wir Machschock. Das Rotom-Rad. Der gute alte Hyper-Trank. Kokuna. Wuffels. Wulpix. Ein Trank. Ein Hyper-Heiler. Die Rüpel vom Team Jell als Reavers. Und... Okay. Okay. Nicht so schlecht. Galak Koraxon in Full Art. Cool. Mag ich eigentlich sehr gern die Karte. Und eine V und eine Full Art in einer Box. In einer 3-Booster-Box. Äh... Ja. Ja. Starke Box. Ausnahmsweise mal. Ich kann mich nicht beschweren. Gerade wenn man daran denkt, das ist Weg des Shams. Das ist das Set, was eigentlich nicht so gönnt. Weiter geht's mit dem letzten Kamalen-Booster. Das wär jetzt nice, eine 3-Hit-Box zu haben. Dann würde ich mich sehr freuen. Hatte ich, glaube ich, noch nie in der Box, wo wirklich so viele Hits drin waren. Aber gut. 2 ist auch schon gut. Wir wollen ja nicht übermütig werden. Vier Karten gehen nach vorn. Und wir starten mit einer Wasserenergie. Sehr schön. Wasser ist ein cooler Energie-Typ. Big Teenie ist ja auch sehr beliebt bei euch. Wir haben ja am Streamer-Motor-T-Umfrage gemacht. Da ist Wasser auf Platz 1 gewesen. Tatsächlich. Rüfel vom Team Jell. Garnivana. Trunk. Vulpix. Mach-Holo. Clonket. Oh, Weavers-Holo-Pflanzenergie. Auch sehr nice. Weavers-Energie nimmt man natürlich immer gerne mit. Vor allem für spätere Turniere zum Flexen. Ganz gut, wenn man sein Deck nicht gerade mit Gold-Energie in Vollmatt hat. Also sprich, irgendwie zu viel Geld hat. Dann kann man Weavers-Energie auch gut nehmen. Und... Oh, noch ein Lucario-V. Wow, was ist das? Drei V-Karten in der 3-Booster-Box. Wow. Das ist von der Anzahl her, von der Hitrate, glaube ich, meine beste Box, die ich jemals hatte. Belegte Champs. Natürlich sind es nur die beiden Lucario-Vs, die halt durch die Tin-Geschichte nicht mehr so mega viel wert sind. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. Ich bin zu negativ an das Ganze reingegangen. Vielleicht sollten wir die anderen Boxen auch noch erfinden, die ich habe. Ich habe noch ein paar. Hm. Mal schauen. Nichtsdestotrotz, wir sind durch. Ich will das Video ja nicht unbedingt in Länge ziehen. Ihr dürft jetzt den Pull des Tages wählen. Ich nehme mal die Energiekarte dazu, vielleicht sagt das jemand auch. Ich lege ein Lucario weg, das ist witzlos. Aber wir hatten zwei Lucarios. Galakoraxon in Fullart und die wunderschöne Weverse-Holo-Pflanzenergie. Sag mal, welcher Hit euer Hit des Tages war. Meiner war auf jeden Fall Galakoraxon in Fullart. Ich mag Fullart-Karten im Schwert- und Schild-Zyklus sehr, sehr gerne. Und es wäre mega, 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 mega nett von euch. Wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben gebt und am besten euren Freunden davon erzählt, dass wir noch einen Polizium im Kanal kriegen, wir cool. In dem Sinne würde ich sagen, bis Donnerstag. Drei Booster-Displays von Kampfstile, genau. 20.30 Uhr Start, gerne reinschaut, Livestream. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao. Ciao, ciao.